Es ist lange her. Mein Mann ist ausgezogen. Oh. Wissen Sie, eventuell hat man sich die Jahre über hauptsächlich darauf konzentriert, zu sehen, was nicht so gut läuft. Und vielleicht hätte man die Zeit besser investiert, nach neuen Gemeinsamkeiten zu suchen. Sofern man denn noch welche hatte. Aber vielleicht ist da ja noch alles, was einen mal so verbunden hat. Und dann muss man sich die Mühe geben, das wieder auszugraben. Also beide müssen sich Mühe geben, ja. Der andere natürlich auch. Haben die ja auch Alkohol? Und, hast du schon... ... ...